Für alle Studierenden beginnt das Studium mit der Studieneingangs- und Orientierungsphase, abgekürzt STEOP. Der Beginn und Anfang des Studiums. Hier startet der Weg. Die STEOP dauert ein Semester und umfasst an der BOKU je Studienrichtung zwischen drei und vier Lehrveranstaltungen. Durch die STEOP sollen Studierende im ersten Studienjahr einen Einblick in das Studium erhalten und einschätzen lernen, ob einerseits die Studieninhalte mit den persönlichen Erwartungen an das Studium übereinstimmen und andererseits, ob sie die Anforderungen für das Studium erreichen können. An der BOKU gibt es aus den sieben Bachelorstudienrichtungen insgesamt 24 STEOP Lehrveranstaltungen. Der Großteil dieser Lehrveranstaltungen wird als Vorlesung abgehalten. Es gibt jedoch auch Vorlesungen mit Seminaren, Vorlesungen mit Übungen und Übungen. Wir haben die Studierenden zu ihren absolvierten STEOP Lehrveranstaltungen befragt. Ich lernte wichtiges Grundverständnis zum Aufbau und der Funktion von verschiedenen Pflanzen. Hat definitiv mein weiteres Interesse geweckt. Die Lehrveranstaltung hat einen guten Überblick über das ganze Studium gegeben. Ich erkenne immer noch Teile von der Einführungslehrveranstaltung in jeder Vorlesung, die ich besuche. Man wollte das Gelernte gleich in echt sehen. Ich habe einen Überblick über die Zusammenhänge im agrarischen Kreislaufsystem bekommen und die Lehrveranstaltung hat bestätigt, dass Agrarwissenschaften das Studium ist, welches ich machen will und hat mein Interesse auf mehr geweckt. Die Lehrveranstaltung wurde extrem interessant gestaltet, im praktischen als auch im theoretischen Teil. Hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet. Die Lehrveranstaltung hat definitiv alle Grundlagen abgedeckt. Zusammen mit dem vollen Programm, das mit der STEOP angeboten wird, bekommt man ein Gefühl dafür, was es heißt, Chemiker zu sein. Das kann einem nicht mehr genommen werden. Gerade am Anfang des Studiums war ich mir nicht sicher, was genau Kulturtechnik bedeutet. Und genau diese Frage wurde nicht nur beantwortet, sie wurde auch vertieft, so dass Bereiche nicht nur angeschnitten, sondern auch so weit geführt worden sind, dass man sich als studierende Person auf das, was im Studium noch kommt, freut. Den BOKUS-TEOP Lehrveranstaltungen ist es gelungen, Studierenden einen interessanten Einblick in das zukünftige Studium zu vermitteln und das Interesse für die Studieninhalte zu vertiefen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017